Wir sind auf Kreta. Weite Sandstrände, klares Wasser und diese typischen kleinen Häfen, von denen aus lauter kleine Gassen in Restaurants und Tavernen führen. Und mich und mein Team zu unserer nächsten Station. Von Pyrrheos nach Rethymnon. So heißt diese kleine romantische Hafenstadt an der Nordküste von Kreta. Ja, genauso wie drüben in Athen am Hafen gibt es auch hier Fischrestaurants. Und wenn ich einen Inseltrip mache, dann ist das genau das richtige Abendessen für uns. Die Frage ist nur, haben wir genug Kohle dabei, um uns das hier überhaupt leisten zu können? Ich mache mich also zurecht für unseren nächsten Einsatz. Was gehört zu einem gelungenen Ausklang eines Urlaubstages in Griechenland? Ein kleiner Hafen, ein gemütliches Restaurant und natürlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das stimmt leider nicht immer. Was ist? Es ist drüben teurer. Ah, Sie meinen Ihre Karte ist teurer? Ja. Sagt er das, um Gäste anzulocken? Wir gehen erstmal gucken. Mir fehlen noch Vergleichsmöglichkeiten. Und ich gucke mich erstmal um. Guten Abend auch. Hier ist es nicht der Preis, sondern die Qualität. Die Familie. Familienrestaurant, nichts arbeitet. Preis ist gut, Essen gut und es macht die Originale von Holeskule. Das ist meine Cousine. Und die ganze Familie ist im Dauereinsatz, wie er zu berichten weiß. Das klingt vielversprechend, aber ich möchte noch mehr sehen, bevor ich den richtigen Laden fürs Team und mich habe. Ich habe die Gemüsteplatte für zwei Personen, ich habe Fisch gegrillt ohne Gerätes, Fleisch gibt es auch bei mir. Alles Picopero sauber, Toilette sauber, Küche offen sauber. Na hoffentlich. Und weiter wird gepriesen und gepriesen. Und dann wird es interessant. Das ist meine Karte. Ich bin auch in der Scheißstrippe weiß und tritt. Warum ist das Scheiße? Das ist der Scheißdreck. Warum? Weil, weißt du nicht? Nee. Das hasse ich. Das Scheiß-Internet hat uns kaputt gemacht. Warum? Weil die Bewertungen nicht fair sind? Ja, ja, ja. Bei einem schmeckt es nicht und dann schreibt er schlecht. Bravo, bravo. Ja, das hasse ich. Du musst probieren. Würde ich ja auch gerne, aber wir wollen die Zuschauer ja vor den schwarzen Schafen hier im Hafen warnen. Also, bis zum nächsten Mal. Also, wenn wir nicht wüssten, dass woanders ein schlechterer Laden ist, ein viel schlechterer Laden, wäre ich jetzt hier gerne eingekehrt. Wir müssen uns nur leider den da drüben ansehen, wann um den geht es uns. Aber der hat uns die Spur schon mal insofern gelegt, dass er gesagt hat, diese ganzen Internetportale, die schaden ihm, sagt er. Ja, uns nutzen die immer unheimlich. Aber so bekommen wir mit, wo es den Leuten mal so richtig nicht gefallen hat. Und besonders einladen, heimste in den vergangenen Jahren immer wieder massive Beschwerden ein. Bevor wir diesen erreichen aber, stoppt uns ein weiterer Wirt. Schaut euch die Karte an, ihr seid meine Gäste heute Nacht. Er scheint zu wissen, wovon er spricht. Gute Bewertungen, wenig Schnickschnack. Ja, ich gehe davon aus, dass das ein ordentliches Restaurant ist. Wenn es euch hier nicht schmeckt, zahle ich euch da hinten jeweils ein Essen. Was für ein Angebot. Da komme ich vielleicht nochmal drauf zurück. Die Top 10 von Kreta. Alle Restaurants hier haben eine gute Qualität, aber nur eins hat es in die Top 10 geschafft. Und das ist mein Restaurant. Wenige Meter weiter erfahren wir, warum der Laden nebenan im Netz als vorsichtig gesagt unhöflich beschrieben wird. Ihr habt doch hoffentlich diesem Kerl da hinten nichts geglaubt, oder? Er stammt aus Afghanistan und lügt jeden Gast an. Komm, ich zeig's dir. Jetzt wird's aggressiv. Und zwar nicht nur aggressiv zu uns, sondern aggressiv zu dem... Er zeigt dir zwar das Buch, aber nicht den Namen seines Restaurants. Schau hier, was da steht für ein Name. Taverna... Das ist mein Restaurant. Meine. Nichts das Restaurant. Danke. Das ist nix fair. Das ist nix gut. Ich habe sie schöne Plätze bei der Wasser hier im Fenestule. Und wir haben freie Dringungen, freie Dürfen. Und das ist fresh and good bei mir. Da sind wir dabei. Leere Tische, wenig Gäste. Auch das schon mal Anzeichen dafür, dass wir auf der richtigen Spur sind. Und dann kommt unser Essen. Zunächst die Vorspeisen. Nach immerhin 25 Minuten Wartezeit. Also wir beginnen traditionell, wie beim Griechen bei uns auch, mit so ein bisschen Fischdrogensalat. Der ist total lecker in einem griechischen Salat. Und dann kommt unser gemischter Fisch. Was erwarten wir in einem Hafen, wo so unglaublich aggressiv die Leute angegangen werden? Der Nachbar, der verunglimpft wird, kann man schon sagen. Ich würde sagen, jeder von uns mindestens 40 Euro. Warum auch nicht? Wir wollen uns schließlich was gönnen im Urlaub. Und dann kommt ein großer Teller mit viel Fisch. Auf den ersten Blick. Okay, das ist eine Fischplatte. Die sieht natürlich toll aus. Man muss aber die Verpackungstricks auch verstehen, Leute. Also was wir als Calamari Fritti kennen vom Discounter an der Ecke, liegt hier auch. Da sind Kartoffeln, ein Riesenbergsalat dazwischen, eine Schüssel, eine große Schüssel, die den Platz auch einnimmt mit den Muscheln. Der wahre Preistreiber, den siehst du gar nicht. Das ist der Fisch für den Hunderter, der hier irgendwo drunter versteckt liegt. Guten Appetit. Beeindruckend. Aber was hat uns der gute Mann da wirklich untergejubelt? Klar, wir möchten alle verschiedene Fische haben. So eine kleine Variation. Aber das hier ist zu viel. Alles, was irgendwie schwimmen konnte, uns nicht rechtzeitig da aus dem Becken geschafft hat, ist ja auf unserem Teller gelandet. Das ist eine Platte für fünf. Und deswegen wird die auch für fünf kosten. Vor allem aber gab es jede Menge Tiefkühlkost. Und zwei Kugeln Eis umsonst, wahrscheinlich um die Gemüter schon vor der Rechnung etwas runter zu kühlen. 190 Euro, mein Lieber. Sind wir hier in Monte Carlo? Das sind pro Nase 60 Euro. Und das ist Abzock. Ich bezahle. Aber dieser Wahnsinnspreis? Bin ich hier in der falschen Mittelmeerregion? Ich mache keinen Aufstand, denn ich kenne die Fischläden nebenan noch nicht. Hier gehen wir noch mal essen. Am selben Hafen. Und machen die Probe aufs Exempel und vergleichen. Am nächsten Tag wollen wir es wissen. Der gleiche Ort. Der alte Hafen von Rethymnon. Ähnliche Zeit. Gegen 20 Uhr. Die versteckten Kameras laufen wieder. Das gleiche Team mit noch mehr Hunger. Aber diesmal ist es ein anderes Restaurant. Denn von hier oben habe ich einen guten Blick über das, was passiert. Wieder füllen sich die Restaurants am Hafen. Und die Wirte werden aktiv. Und da fangen sie einen natürlich sofort ab. Das ist ja eigentlich auch okay so. Ich finde es ja schön, wenn ein Restaurantbesitzer mir seine frische Fische zeigt. Sein Restaurant empfiehlt. Aber wenn er im selben Atemzug den Kollegen nebenan fertig macht. Mein Nachbar, der hat eine schlechte Küche, kommt zu mir, ich habe die besseren Preise. Er wird gegiftet und gelogen. Um die Kunden zu bekommen. Und dann werden die Kunden, so wie bei dem Mann hier auf der anderen Seite, bei dem wir gestern zu Gast waren, so richtig über den Tisch gezogen. Denn dort gibt es das, was den meisten Umsatz macht. Teure Tiefkühlkost im Übermaß auf den Tellern. Wie schon gestern. Die Frage ist, ich würde das gerne nochmal ausprobieren, was wir gestern erlebt haben. Also eine Fischplatte, frischer Fisch, für uns alle auf dem Tisch. Und zwar bei dem Nachbarn, von dem, der uns gestern abgezockt hat, der eigentlich gar nicht hier hingehört, weil er aus Afghanistan kommt. Wer frischen Fisch will, der kann nicht erwarten, dass alles jeden Tag frisch ins Netz gegangen ist. Aber er kann erwarten, dass er ehrlich beraten wird. Der Mann erklärt, was heute frisch ist und was aus der Gefriertruhe kommt. Genau so haben wir uns das gewünscht und stellen eine Platte für drei zusammen. Aber mich interessiert noch was. Ich habe zuerst noch eine Frage. Sprichst du afghanisch? Nein, ich komme nicht aus Afghanistan. Woher kommst du denn? Meine Nationalität ist georgisch. Ich komme aus Georgien. Ich bin hier aufgewachsen. Ah, meine Mutter ist aus Georgien. Das wäre geklärt. Sein Nachbar hat uns also ein Märchen erzählt. Sein Essen hier hingegen ist immerhin ehrliche griechische Fischküche. Und es ist reichlich. Lass es euch mal schmecken. Guten Appetit. Geschmacklich ist die Platte ganz weit vorne. Um Längen besser als der Nachbar. Ich würde es nicht teurer. Das wäre echt blöd, ne? Zur Erinnerung, bei der zwielichtigen Konkurrenz hatte die Platte fast 200 Euro gekostet. Äh, 123 Euro. Sind Sie sicher, dass das der Endpreis ist? Ja. Kann ich Sie auch mal fragen, ist das der Endpreis? 123. Ich meine Essen und Getränke. Ja, das ist alles mit drin. Alles ist mit drin. Das ist eine erfreuliche Überraschung. Griechenlands Ehre ist hier in Rethymnon wiederhergestellt. Wir, meine Lieben, zahlen hier 80 Euro weniger als da drüben. 206 Euro versus 123. Frischer Fisch 40 Euro inklusive Vorspeisen, Nachspeisen, Getränke. Und dieser riesigen Platte, das ist fair, das ist angemessen und das, was der mit uns gemacht hat gestern, war Abzocke. Und deswegen zahle ich das jetzt hier sehr gerne. Kannst du bitte die große Kamera rausholen? Wir müssen sprechen mit dem da hinten. So eine dreiste Abzocke wie die von gestern will ich nicht unkommentiert lassen. Deshalb auch die offene Kamera. Guten Abend, Gentlemen. Wo ist Ihr Chef? Der ist vor fünf Minuten gegangen. Wir haben nämlich ein Problem. Wir haben gestern das hier bei Ihnen gegessen. Warum berechnen Sie dafür 200 Euro? Ist doch alles in Ordnung. Nun, das denke ich nicht. Wieso verlangen Sie so viel mehr Geld als andere? Wir hatten zweimal die exakt gleiche Fischplatte. Warum kostet die hier 200 und dort drüben nur 130? Dort sind die Portionen kleiner. Okay. Ist doch alles in Ordnung. Das finde ich eben nicht, dass alles in Ordnung ist. Ihr macht das doch hier jeden Abend mit den Gästen, oder? Nein, nein, das stimmt alles so. Nein, es stimmt nicht. Ihr lügt die Leuten an. Ich lasse mir nicht den Mund von Ihnen verbieten. Ich bin ein betrogener Gast, okay? Ihr habt rassistische Kommentare über eure Nachbarn gemacht und ihr... Du lügst. Ihr verkauft denselben Fisch und du lügst mich an. Ruf doch die Polizei und zeig das denen. Alles okay, alles okay. Nichts ist hier unter Kontrolle. Ihr zockt hier Leute ab. Punkt. Wie kann man in Griechenland einen schönen Abend bei gutem, frischem Fisch haben? Ganz einfach. Man fragt vorher, lässt sich vom Wirt des Ladens den Fisch vorher zeigen, am besten vorher wiegen und spart, so wie in unserem Fall, fast die Hälfte des Geldes. Enorme Summen in einem Urlaub mit Kind und Familie. Das war's für heute.